Hallo und herzlich willkommen liebe Püppchenschubser. Heute gibt es ein kleines kurzes Spezialvideo aus der Dose und zwar geht es um den feinen Herren hier, den Catechin Kernel, den hart limitierten, der ist endlich bei uns angekommen oder endlich, der ist bei uns angekommen. Krass limitiertes Ding, wie gesagt, wir haben vier Stück als, glaube ich, relativ großer Store dann, was Games Workshop angeht, haben wir vier Stück bekommen und bekamen diese geschenkt und alles, was wir damit verdienen, das dürfen wir behalten. Das ist quasi ein Willkommens-Zurückgeschenk von Games Workshop, was ich in echt, echt sehr schönen Zug finde. Ich habe lange darüber nachgedacht, was machen wir denn als Laden, als YouTube-Kanal mit den Minis, weil wir quasi bis letzte Woche Freitag, also bis vor drei Tagen, keinen blassen Schimmer hatten. Was war mit den, beziehungsweise auch wie viele Minis wir bekommen und was wir damit machen können. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen bekommen, ah hier, sobald ihr den habt, dann möchte ich doch gerne da auch bei euch bestellen und ich möchte den auch haben. Also da waren sehr, sehr viele Mails, das heißt, das Ding ist ganz, ganz hart begehrt und wie ihr mitbekommt, ganz, ganz hart limitiert. Also, nachdem ich dann wusste, wir haben vier Stück und das wird anschließend Mondpreise ergeben bei so einer Mini, war die Überlegung, was machen wir damit und welchen Preis klebt man da dran, den von einem normalen Charakter. Oder nimmt man mit, dass das Ding so hart begehrt ist und dass es sehr exklusiv ist und der Preis dementsprechend dann höher ist oder was sollen wir damit tun. Und ich habe mich dazu entschlossen, wir werden das Ding kein bisschen benutzen, um in irgendeiner Art und Weise jetzt Verkäufe zu generieren oder irgendwas anderes zu machen, sondern wir werden diese Dinger verschenken an die Leute, die uns durch die Krise begleitet haben und die dank ihrer riesig großartigen und großen Unterstützung dafür gesorgt haben, dass wir nicht zu den Läden gehören, die jetzt gerade immens um ihre Existenz bangen müssen, sondern mit so einem halbwegs blauen Auge aus der aktuellen Lage rausgekommen sind, vor allem aus dem Shutdown. Und aus dem Grund werden wir diese Miniaturen nicht verkaufen, sie werden nicht im Webshop und nicht im Laden stehen und werden die nicht verlosen. Und wer bewirksam klickt auf unsere Facebook-Seite, machen wir auch nicht und werden die auch nicht in irgendwelche zukünftigen Bestellungen mit reinpacken. Wer jetzt kauft, kriegt das Ding, all das machen wir nicht. Nein, wir möchten diese enorm begehrten Miniaturen nehmen, um euch als Unterstützer damit unseren Dank zu zollen. Und wer so ein Ding bekommt, der kann gucken, was er damit macht. Wir werden allerdings das einfach so handhaben, wir werden diese vier Figuren an all die Leute, die uns seit dem Shutdown bis heute, sticht da heute am 4.5., das heißt, all die jetzt gerade gucken und auch heute noch was geholt haben oder was bestellt haben, die sind auch noch mit dabei, an die Leute verschenken. Einer davon wird an unsere Patreons gehen, beziehungsweise die Patreons, unsere Ticket-Supporter, also all die, die uns, was den Kanal angeht, unabhängig davon, dass wir leider keine Battle-Reports in der Vergangenheit bis quasi jetzt letzter Woche drehen konnten, uns da weiter unterstützt haben und uns die Fahne gehalten haben. Und da ist es auch so, wir gucken uns da einen aus, würfen, weil irgendwie, das werden wir zufällig bestimmen, da wir auch da niemanden jetzt irgendwie als solchen favorisieren wollen, da wir euch alle einfach großartig finden und euch riesig dankbar sind, dass wir aktuell nicht von der Existenzangst bedroht sind, da ihr so wundervolle Leute seid. Da werden wir eine Figur hinschenken und ganz wichtig, was das angeht, auch da geht es mir nicht darum, dass wir in irgendeiner Art und Weise jetzt neue Patreons gewinnen wollen, neue Ticket-Holder oder sonstiges, sondern da ist der Stichtag, der erste, fünfte gewesen. Alle, die an dem Stichtag bei uns im Patreon-Programm drin waren oder an Ticket-Tag sind quasi in diesem Topf drin, wo wir dann zufällig schauen, wen wir da beschenken. Und gleichzeitig machen wir es so, dass wir uns anschauen, wer oder welche Einkäufe gab es in dieser Shutdown, in dieser Lockdown-Zeit bei uns und auch da drei zufällig aussuchen, die wir beschenken werden. Wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel noch eine Bestellung offen habt, wie gesagt, stehe ich da heute nicht, dass ich da jemand, der heute eventuell die Sachen vom Star Wars Day, also ich drehe es übrigens am 4.5. und werde es jetzt gleich auch hochladen, falls ihr irritiert seid und es morgen seht. Also wer jetzt bis zum 4.5. noch was bei uns geholt hat, kommt mit in dieses große Dankeschön rein. Und bei denen, wo noch eine Bestellung offen ist, werden wir es dann einfach mit reinschmeißen. Bei den Leuten, die zu Beginn oder mitten in der Shutdown-Phase was geholt haben, da wären wir uns auch einig, dass ihr dann eure Miniaturen bekommt. Wie gesagt, mir ist ganz wichtig, dass wir dieses unfassbar leckere Männchen einfach dafür benutzen wollen, um ein Stück weit in dem Rahmen, in dem uns diese Mini das erlaubt, unsere Dankbarkeit an all die Leute, die uns geholfen haben, dass wir aktuell immer noch da sein dürfen und da sein können, euch ein riesiges Dankeschön auszusprechen. An all die, die jetzt leider nicht in diesem Rahmen drin sind, ich hoffe auf euer Verständnis, aber wir wollen mit einer Miniatur, die in einer besonderen Situation weltweit quasi auf den Markt gebracht wurde, unter sehr besonderen Umständen nicht, dass wir damit in irgendeiner Art und Weise nochmal Facebook-Likes generieren, Neukundenakquise betreiben oder Sonstiges machen, sondern wir wollen dieses besondere Püppchen dazu nutzen, uns bei denen zu bedanken, die bis jetzt für uns da waren und hoffen natürlich, dass ihr da jede Menge Spaß mit habt. Und wie gesagt, bei allen anderen, wir hoffen auf euer Verständnis, dass wir das Männchen, beziehungsweise die vier Männchen, die wir bekommen haben, auf die Art und Weise verschenken. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Hoffe, dass wir uns auch bei den nächsten Videos wieder hier auf dem Kanal sehen und sage bis zum nächsten Mal, immer fein weiter moschen und fein gesund bleiben.